Sie haben bestimmt schon mal diese Betriebsschwingformanalysen gesehen. Da sieht man sein Testobjekt langsam animiert bei verschiedenen Frequenzen und man kann genau erkennen, welche Auslenkung hat das, welche Schwingformen kommen denn auf. Das ist toll, um überhaupt mal das Problem zu verstehen. Aber wie macht man diese Betriebsschwingformanalysen? Wo fängt man an, was muss man beachten und wie schwer ist das? Das ist total einfach. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Das sind drei einfache Schritte, das kann jeder. Schritt Nummer 1, die Sensoren applizieren. Dann nimmt man sich am besten erstmal einen Stift und geht zu seinem Messobjekt hin und schaut mal, konzentriert sich das Ganze nochmal an, in Ruhe. Und dann sehe ich schon, an welchen Punkten ich sinnvollerweise messe. Also wo kann Bewegung stattfinden, welche Abstände nehme ich da am besten. Überall einen roten Punkt setzen und dann nochmal durchnummerieren. Ich werde heute eine Betriebsschwingformanalyse an dieser kompletten Abgasanlage machen und da komme ich mit 13 Punkten ganz gut hin. Diese Punkte kann ich dann noch direkt in ein 3D-Modell übertragen. Ein Modell brauche ich eh zum Schluss zum Animieren. Dann kann ich das auch direkt schon machen. Entweder macht man ein einfaches Gitterpunktmodell oder deutlich eleganter und heblich schneller. Man nimmt einfach ein 3D-Modell. Entweder vom Kollegen aus der Konstruktion oder man lädt sich was Passendes aus dem Internet herunter. Dann nimmt man seine Beschleunigungssensoren, sinnvollerweise triaxiale Sensoren, hat man direkt alle drei Raumrichtungen erfasst und klebt die an die einzelnen Punkte mit einem geeigneten Kleber. Das ist das, was eigentlich am längsten dauert. Die Sensoren werden dann mit dem Frontend verbunden und kurz anschauen, ob sich das auch alles meldet. Und jetzt kommt die Zuordnung. Und das ist in Artemis ganz einfach. Welcher Sensor klebt an welchem Punkt, wie herum und wo ist er mit dem Frontend verbunden? Eins, zwei, drei. Wenn man TED-Sensoren verwendet, ist es noch einfacher. Sensoren anschließen, TEDs auslesen und dann gibt mir Artemis eine Liste aller angeschlossenen Sensoren. Jetzt muss ich nur noch sagen, du da und du dort und du klebst da hinten mit dem Kabel nach unten. Schritt Nummer zwei, die Datenakquise. Die eigentliche Messung geht ja ratzfatz. Man nimmt jetzt einfach den Wagen und fährt auf den nächsten Prüfstand der Freis. Die eine Stunde muss ich aber kaum planen. Das ist ja der enorme Vorteil von einer mobilen Messtechnik wie das Headlab. Das heißt, ich kann ja wirklich gucken, wo komme ich jetzt nochmal kurz eine Stunde drauf. Ich brauche ja nur die reine Messzeit lang den Prüfstand. Und wenn wirklich irgendwie alles belegt ist, weil die Kollegen wieder länger brauchen, dann messe ich halt auf der Straße. Ich bin unabhängig von irgendeiner Prüfstandsplanung. Ich messe, wenn ich soweit bin. Das ist großartig. Wo auch immer. Einsteigen, losfahren. In allen gewünschten Betriebspunkten zeichnen wir einfach vollständige Rohdaten aller Kanäle auf. Akquise abgeschlossen. Schritt Nummer drei, die Animation der Daten. Die Animation ist jetzt nur noch ein Klacks. Wollen wir sehen, welche Bewegungen die Abgasanlage zum Beispiel bei einem Lastwechsel macht, also Ereignisse über der Zeit, dann nehmen wir die Time-Domain-Animation. Unser Modell auswählen, die Messung auswählen, kurz warten und Play klicken. Tada! Das sind jetzt hier die Lastwechsel. Jetzt kann ich die Auslenkung endlich mal sehen, weil sie a vergrößert dargestellt werden und b ich sie langsamer abspielen kann. Das menschliche Auge kann keine 1000-Herz-Schwingungen erkennen. Dazu müsste es ja 2000 Bilder pro Sekunde auswerten können. Keine Chance! Und dann kommt auch noch dazu, dass die Schwingungen ja gerade mal so einen halben Millimeter hin und her wackeln. Kann ich nicht sehen. Hier kann ich nun alles sichtbar machen. Hochskaliert und stark verlangsamt. Aber es kommt noch besser. Ich kann mir aus den Messdaten einen konstanten Betriebspunkt herauspicken und dann diesen mit Hilfe der ODS in seiner einzelnen frequenzabhängigen Schwingform zerlegen. Tiefenanalyse. Schauen wir doch mal. Hier bei 15 Hertz, also sehr tiefer Frequenzen, haben wir mehr so eine Ganzkörperbewegung. Die wedelt eher wie so ein Hundeschwanz. Oh, jetzt 32 Hertz. Jetzt rappelt es schon mal Mittelschalldämpfer. Das ist eine interessante Schwingform. Die speichere ich mir. Jetzt einfach mal hier plus Mode Shape. Dann habe ich die schon mal gesichert. Jetzt klicke ich mal bei 62 Hertz. Oh, jetzt trifft es den Frontschalldämpfer. Da ist eine ganz klare Mode an diesem Teil. Das speichere ich mir auch mal direkt ab. Die höchsten Pegel an fast allen Punkten haben wir aber hier bei 77 Hertz. Schauen wir uns das mal an. Oh, was ist das denn für ein Tanz? And he's gonna do the twist and it looks like this. So ein Parallel-Twist-Tanz. Sieht man nicht alle Tage. Ich dachte, der wäre auch total out. Aber die höchsten Amplituden haben wir jetzt hier bei 126 Hertz. Schauen wir mal. Oha, anhalten. Das kann schon zu Ermüdungsbrüchen führen. Wenn ich das mal einfärbe, kann man das ein bisschen deutlicher sehen. Der Mittelschalldämpfer hat es echt gerade nicht leicht. Und wir sind gerade noch im Leerlauf. Und so können wir jetzt in allen Betriebszuständen uns neben den normalen Pegelwerten, die ich mir gerne auch so auswerten kann, aber auch zusätzlich mir die Schwingform angucken. So das Gesamtbild einfach haben. Und dann ist es viel einfacher zu erkennen, an welcher Stelle ich welche Versteigungsmaßnahme einbringen kann, damit die auch was bringt. Wenn Sie jetzt Lust haben, Ihre letzte Messreihe auch einfach mal zu animieren, ich packe alle Informationen, die Sie dazu brauchen, in die Beschreibungsbox. Das kann jeder. Tschüss. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twisting time is here. Bum, da, bum.